Hallo, hört man uns hier? Super, klasse, ist der Ton auch gut? Super, ja. Eins, zwei, drei, Test. Es ist immer dieses eins, zwei, drei, Test, Test, Test. Hallo, hallo, ja, super. Ja. Jetzt ist das Mikro auch eingerichtet und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Nachmittagsjause mit Ann-Kat. Ja, Leute, es gibt News. Also in der letzten Woche ist viel passiert. In der letzten Woche, Leute. Ja, Bibi ist back. Habt ihr das? Nein, und nicht nur Bibi ist back, Julienko und Tanja haben sich getrennt. Was für ein Zufall sind Julienko und Bibi wieder zusammen. Ist das vielleicht eine Marketingstrategie und es kommt ein neues Billu-Produkt raus? Ist es nicht nur ein Social-Media-Comeback, sondern auch ein Beziehungs-Comeback? Ganz viele Fragen und wir beantworten sie euch in dieser Folge. Nee, Spaß, als wären wir so richtige, es gibt auch immer diese Experten, weißt du, Royal-Experten, Promi-Experten und dann reden die immer davon, als würden sie so, keine Ahnung, dieser Royal-Experte sagt dann auch immer so, ja, die Kate, die ist gerade im Krankenhaus, ihr geht's aber soweit gut, alles gut. Also, weißt du, als hätten die so wirklich mit denen geredet, aber die haben es ja auch nur von Medien, von, also, sind die wirklich Experten? Ja, das ist, das frage ich mich eh, ne? Das Ding ist, ich glaube, wenn uns, könnte man auch als Social-Media-Experten betiteln, weil wir das jetzt halt auch schon seit zehn Jahren machen und uns in dieser Bubble bewegen, aber ich glaube, ich habe gar keinen Plan. Ich habe auch gar keinen Plan. Also, wirklich, was in der Social-Media-Bubble abgeht. Nee. Da hat man wirklich, also, muss ich sagen, ich gehöre zu denen, die eigentlich gar keinen Plan haben, aber wenn, wenn man was auf jeden Fall gehört haben sollte, ist, dass Bibi wieder back ist. Sie hat wieder was gepostet. Und ich glaube, die einen oder anderen haben vielleicht dann auch ihr Comeback-Statement gelesen oder gesehen Anfang des Jahres, haben dann alle gehofft, oh, sie postet wieder regelmäßig. Es gibt wieder Trendy-Holl-Codes, juhu. Toll. Toll. Bianca, also Bibi ist Bibis Beauty Palace. Das ist die größte deutsche Influencerin. Ich glaube, die hat wirklich einer, also sie gehört zumindest zu den größten deutschen Influencer. Und ich finde, das gehört schon so zum Allgemeinwissen. Ich finde, Bibi muss man kennen. Schon krass. Also, wenn jemand Bibi nicht kennt, dann. Live-Goal, wenn man zum Allgemeinwissen gehört. Es ist wirklich so. Ich finde, in Deutschland muss man Bibi kennen, weil sie hat, ich muss sagen, schon so krass viel erreicht in so einer kurzen Zeit auch über die Social-Media-Bubble oder generell die Social-Media-Phase. Also, ich muss sagen, da kann ich, ziehe ich meinen Hut vor ihr. Also, die hat so viel erreicht, hat so viel gemacht auch und so viele mutige Sachen gemacht. Klar, die hat auch viel scheiß gemacht. Also, können wir ja auch ehrlich sein. Aber so grundsätzlich, also, so erfolgreich, wie sie mal war oder vielleicht sogar noch ist, also, beziehungsweise, sie ist ja auch schon erfolgreich. Ja, gibt's heute. Also, gibt's in Deutschland. Also, war gleichbar jetzt nicht, würde ich sagen, oder? Ja, sowas gab's schon lange nicht mehr. Oder? Oder vielleicht sind wir einfach schon out of the game, aber wir verfolgen das nicht mehr so krass. Beziehungsweise, ich glaube, Bibi ist halt einfach unsere Generation. Ja, genau. Wann hast du eigentlich Bibi zum ersten Mal kennengelernt? In real life oder? Ja, in real life natürlich. In real life? Weil wir gehören ja eigentlich auch zu den OGs. Ja, gut. Also, wissen vielleicht die meisten nicht. Die meisten denken sich, also, so, Anna Maria Damm und Gadaria Damm gehören jetzt nicht so zum allgemeinen Wissensstand. Uns muss man nicht kennen. Das sagen wir jedes Mal, wenn so ältere Leute, äh, wenn ältere Leute da sind. So, muss man dich kennen. Genau, und so junge Leute einen ansprechen und ein Bild von uns machen. Ähm, gibt's dann immer diese Leute, die sagen, äh, muss man euch kennen? Wer seid ihr? Also, ganz kurz, diese Aussage, egal ob ich, äh, Beyoncé bin oder sonst was, ähm, was soll ich mit dieser Frage? Also, was ist das für eine Frage? Also, selbst wenn ich Beyoncé wäre, würde ich auch sagen, äh, nein, muss mich nicht kennen. Ja, wie soll man denn da antworten? Also, wenn eine ältere Frau zu mir kommt und die beobachtet halt, dass irgendwie jemand mit mir Bilder macht und die fragt mich, muss man sie kennen? Dann, wie soll ich das, soll ich denn sagen, äh, ja, hä, haben sie es nicht gewusst? Äh, ich bin die und ich bin voll krass und so. Äh, ich hab zwei Millionen Abonnenten und, äh, weiß nicht mehr. Voll die Scheißfrage einfach. Was ist das für eine Frage? Was, nee, muss man nicht. Scheißfragen kriegen scheiß Antworten. Also. Man braucht so eine Standardfrage, die man dann, äh, Standardantwort, die man dann immer sagt. Nee, muss man sie kennen? So. Einfach so. Naja, was ich mir auf jeden Fall sagen, was ich auf jeden Fall fragen wollte, wo hast du sie zum allerersten Mal kennengelernt? Weil meine Kennenlern-Story mit Bibi ist wirklich besonders. Ja, ja, deine, also eure ist wirklich besonders, aber ich hab Bibi das erste Mal kennengelernt. Hm, auf einem Miley Cyrus-Konzert, war die auch da? Nein, ich glaube, das war irgendwie auf einem Geburtstag oder so von Maren wahrscheinlich. Also spätestens beim JGA hab ich sie kennengelernt. Ja, genau. Von Maren. Also wir waren zusammen, also wir waren auf dem JGA von Maren Wolf und Bibi war damals ihre Trauzeugin und da haben wir so ein... Ja, aber du hast sie schon vorher kennengelernt. Wahrscheinlich so auf Events irgendwie mal. Ja, genau, aber ja, ich war jetzt nie so close mit ihr, sag ich mal. Ja, weil unsere Kennenlern-Story ist wirklich sehr, sehr besonders. Also ich glaube, ich kann behaupten, ich kannte sie vor allen anderen. Also wirklich, weil ich habe sie zum ersten Mal kennengelernt, hab ich auch erst gestartet mit Social Media und zwar hab ich damals mit einer Firma kooperiert, die hieß Mia Kosa. Also ich war auch noch am Anfang von diesem Social Media Game und hab gerade so mit YouTube gestartet, also das war auch nach GNTM. Und dann hatte ich diesen Termin mit Mia Kosa, bitte nach Köln. Die haben mich dann dort eingeladen zu einem Vertragsgespräch. Ja, Mia Kosa war eine Firma, die so Produkte nach Deutschland geholt haben, so Heilprodukte, gell? Ja, genau. Also deren Prinzip war quasi, die holen Trendprodukte aus den USA, wie zum Beispiel Instax war das damals. Und EOS Lip Balm. EOS Lip Balm, das weiß ich noch. Und noch so viele coole Sachen auch. Also das war schon ein ganz cooles Prinzip. Und haben das quasi dann in Deutschland vermarktet durch Influencer. Vermarktet durch Influencer, aber auch vertrieben. Also die haben wahrscheinlich dann irgendwie so eine Stückzeit eingekauft und haben das dann irgendwie so verkauft. Und haben das aber auch über Influencer vermarktet. Also war eigentlich ganz schlau, weil jeder Influencer hatte auch sein festes Produkt. Also keine Ahnung, Sammy Slimani damals hatte zum Beispiel EOS Lip Balm. Das ist jetzt ein Beispiel, ich weiß nicht mehr genau, welches Produkt. Was war dein Produkt? Mein Produkt war Instax, glaube ich. War Instax, genau. Ja, eigentlich war es ganz cool. Und zwar haben wir das dann quasi wie unser Produkt vermarktet. Aber es war natürlich aus den USA. Und genau. Und als ich dann dort war, war ich, also ich war super pünktlich. Und war ein bisschen schon zu früh da. Das heißt, mein Termin war noch gar nicht. Aber das war auch so ein bisschen die Kennerland-Story. Beziehungsweise da habe ich auch zum allerersten Mal Maren Wolf gesehen. Da kannte ich sie aber, glaube ich, noch nicht persönlich. Und als ich dort angekommen bin, war halt Maren quasi gerade beim Termin, weil sie halt etwas später gekommen ist und dann hat sie in die Länge gezogen. Und dann hat quasi der Inhaber, nicht der Inhaber, der Geschäftsführer damals hat dann gesagt, ja, hier, Bianca, denkst, kümmere dich mal um die. Und dann kam Bibi. Bianca, also Bibi, war nämlich damals beim IACOSA. Ich bin mir jetzt nicht sicher, also da müsste ich jetzt lügen, entweder hat sie eine Ausbildung gemacht oder war eine Aushilfe. Also ich glaube, sie hat studiert und hat, also ich bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall hat sie da gearbeitet. Und hat Julienko da auch gearbeitet? Nee. Okay, ich dachte, die haben beide dort gearbeitet. Nee, Julienko bei ihm weiß ich gar nicht, was er vorher gemacht hat. Ich dachte auch, dass die beiden dort gearbeitet haben. Nee. Und er hat irgendwie Verträge geschrieben oder sowas. Ah, stimmt, doch, der hat auch dort gearbeitet. Ja, da war auch irgendwie sowas. Also wir hatten Mailkontakt mit ihm, stimmt. Ja, er hat, glaube ich, genau, er hat die Leute angeschrieben. Genau. Aber ich habe Bibi dort zum ersten Mal persönlich gesehen. Also Julian war jetzt gar nicht so anwesend. Vielleicht ist er auch später dazu gekommen. Ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall, genau, hat dann Bibi sich angeboten, mit mir dann Mittagessen zu gehen, weil das war gerade eh so die Lunchzeit. Und dann sind wir essen gegangen. Und das war voll komisch, weil ich war halt schon voll im YouTube-Game. Und das war auch so eine Zeit, wo ich ja wirklich jede Scheiße gefilmt habe. Und ich habe auch dieses Treffen mit Bibi, habe ich auch gefilmt. Das gibt es als Vlog beankert. Das gibt es einfach als Vlog bei uns auf dem Account. Und das war vor zehn Jahren und sie war zu dem Zeitpunkt 18 oder 19. Und zu dem Zeitpunkt wollte sie, glaube ich, auch mit YouTube anfangen oder sowas. Genau. Genau, ich habe mich dann mit ihr unterhalten. Wir waren bei so einem Italiener, haben dann zusammen gegessen und haben uns dann quasi kennengelernt. Das war wirklich so ein Date. Und sie kannte mich schon ein bisschen durch YouTube und ich kannte sie halt noch gar nicht. Und da hat sie halt quasi erklärt, dass sie auch mit YouTube angefangen hat. Hat sie nicht mit Putzvideos angefangen? Ja. Hat das, glaube ich, mal gesehen. Ja, ich glaube, zu dem Zeitpunkt waren diese Videos auch schon online. Sie hat quasi Videos gemacht, wie man richtig putzt. Ja. Ja, da hat sie ihre Duschkabine geputzt. Genau, irgendwie mit so einer Zahnbürste und so. Ja, genau. Auch interesting. Ja, ihr Werdegang ist so interesting. Ist so interessant, finde ich auch, weil als sie da die Ausbildung gemacht hat bei Mirakusa, also ich wusste ja nicht, wer sie ist. Wir haben uns ja ganz normal kennengelernt. Zu dem Zeitpunkt war sie, glaube ich, mit Julienko sogar schon fünf Jahre zusammen. Passt das hin? Doch, 2000. Naja, weil auf jeden Fall haben wir uns am Anfang erstmal darüber unterhalten. Ja, mein Freund heißt auch Julian. Ja, meiner auch. Und mir war, das ist so cringe. Und sie war halt zu dem Zeitpunkt, ich glaube, fünf Jahre mit ihm zusammen und ich irgendwie drei oder vier Jahre mit Julien. Ja, weil, genau, die war fünf Jahre zusammen, weil sie und Julienko sind genau gleich lange zusammen gewesen wie ich und Leo. Ja. Ja, das kommt hin. Ja, und sie war 19 und hat dann auch so ein bisschen erzählt halt, dass sie sich, wie sie sich kennengelernt haben und keine Ahnung was. Also wirklich, wir haben, also zu dem Zeitpunkt hätte noch keiner wissen können, was aus ihr mal wird. Also es war wirklich sehr, sehr interessant und der Knackpunkt eigentlich, das wissen viele gar nicht, der Knackpunkt, warum sie so groß geworden ist oder warum sie so einen Hype bekommen hat, war durch Dagi. Das wissen doch viele, oder? Ja, ich glaube viele, ich glaube viele wissen das nicht so. Ich glaube, weil dadurch, dass halt Bibi irgendwann halt so viel größer wurde als Dagi, ist es für viele, glaube ich, so ein bisschen untergegangen. Aber eigentlich damals, Bibi, man muss auch schon dazu sagen. Aber gut, ganz kurz, ich meine, jeder hatte, jeder ist der von jemandem, weißt du, mein? Also ich, ich habe meine Follower auch dank dir zu verdanken oder du hast deine Follower jetzt dank Germany's Next Summer. Also jeder hat irgendwie seinen Erfolg irgendwie von einer anderen Person zu verdanken. Bei Bibi war es Dagi, die sie halt in diese Welt reingebracht hat und sie groß gemacht hat. Ich kann mich aber erinnern, damals hat Bibi tatsächlich, die hatte schon, die ist da mit, die ist da schon taktisch hingegangen. Die hatte wirklich eine Strategie dahinter. Die hatte eine Strategie, weil die voll viele angeschrieben hat, ob sie mit ihr zusammen ein Video machen wollen. Ja, unter anderem auch mich und auch Sammy damals. Das war nämlich so, dass sie, sie hat wirklich so eine Mail geschrieben, hey, irgendwie mein Onkel hat eine, ein Haus in Österreich. Hast du die Mail noch? Ich habe die safe noch, das ist nämlich über YouTube gewesen, diese Nachricht. Oh, das wäre voll geil, wenn du die jetzt vorlesen könntest. Oh. Dauert das jetzt lange, wenn du sie raussuchst? Ähm. Wir exposen sie gerade voll. Ja, gut, also so sage ich immer so, dass es jetzt nichts Schlimmes ist. Das ist ja nicht schlimm. Ja, egal. Auf jeden Fall hat sie in dieser Nachricht geschrieben, hey, mein Onkel hat ein Haus in Österreich und ob wir quasi Lust haben, dort mit denen hinzugehen, weil sie kannte mich ja schon, hab ich ja schon mal gesehen, ähm, und dann Content zu produzieren. Oder irgendwie, ich weiß gar nicht, ob es Content produzieren ist oder ob sie wirklich irgendwie mit uns Urlaub machen wollte, so einen Kennenlernurlaub. Ähm. Und genau die gleiche Nachricht hat sie auch an mehrere geschickt quasi. Und das hat sich dann auch rumgesprochen eigentlich auch. Ja, das hat sich, ja, das hat sich aber erst rumgesprochen, beziehungsweise erst als ich dann mit, ich glaube, Sammy damals, mit Dagi, als wir dann zusammen am Tisch saßen haben, kamen wir irgendwie da rauf. Und dann haben wir gesagt, krass, wir haben die, wir haben die Nachricht auch von ihr bekommen und Dagi ist quasi diejenige, die halt von allen dann zugesagt hat und alle anderen haben es ignoriert. Voll assi. Du so, wer ist das? Bianca Heinecke? Wer? Ja, und Dagi war dann halt quasi die, die dann mit ihr Content gemacht hat und auch das Video gemacht hat. Ja, was auch dazu sagen, ich meine, bei dir ist es so und ich glaube generell bei uns ist es so, dass wir, also wir machen ja Social Media, ähm, so, was soll ich sagen, just for fun. Also, wir gehen wirklich ohne Strategie. Man merkt es, glaube ich, auch ein bisschen. Wir haben keine Strategie. Und, ähm, wir sind dann nicht so, dass wir dann sagen, oh, ähm, lass mal jetzt nach Köln fahren, uns mit der und der treffen und mit ihr Content produzieren, weil die hat so, so viel Reichweite, vielleicht können wir dann was von ihr, ähm, abstauben. Nee. Nee, also, wir sind, waren aber schon immer so, dass wir wirklich keine, nicht mit einem Businessplan quasi da rangegangen sind, sondern wir haben einfach gesagt, ah ja, komm, lass ein Video machen, äh, hier die Challenge, dieses Video, dieser Prank, keine Ahnung. Genau, einfach just for fun halt. Es war wirklich einfach nur just for fun. Damals hatten wir eine Freundesgruppe, die das alle gemacht haben und da haben wir dann da mal kollaboriert, aber das hatte keinen Sinn. Nee, es war nichts Professionelles dahinter, so. Wir haben uns, äh, es hatte kein, kein Business-Background gehabt, wie jetzt zum Beispiel, ähm, würde ich behaupten, Bibi, Dagi damals, Paola, die ganze Gang damals, für die YouTube-Kenner wissen, wovon ich rede. Ist manchmal schwierig, weil ich nicht weiß, äh, also jetzt auch hier im Podcast, ich weiß manchmal, was ich sagen kann. Doch, ich glaube, die, 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 achso. Nee, weil, äh, nee, weil ich denke so, das war schon so lange her und das ist auch so eine ganz besondere Zeit gewesen auf YouTube, so, weißt du, so hast du es mitbekommen? Doch, ich glaube schon. Also vor allem unsere Hörer haben das mitbekommen, ja. Damals gab es die Gang. In der Gang damals waren die Außenseiter drin, Simon Desu, Shirin David, ähm, Dagi B, Lion TV, also Timo, die sind da, glaube ich, ähm, Paola, Maria, also das war schon, also das war eine krasse Gang. Krasse Leute. Ja. Also heute, würde ich sagen, kennt man auf jeden Fall mindestens die Hälfte davon. Ja, safe. Also die sind auch heute noch Gesichter der Social-Media-Welt auf jeden Fall. Ja, und ich würde auch behaupten, dass, ähm, hinter der Gang aber schon eher was, auch schon eher so ein Business dahinter stand. Also ich meine, ich glaube denen schon, dass sie auch irgendwie so ein bisschen befreundet waren, aber ich glaube, das ist schon so aus so einem, ähm. Die sind da schon sehr taktisch auch rangegangen, haben mit jedem ein Video gemacht. Ja, ich, genau. Teilweise haben Leute ein Video zusammen gemacht, die gar nicht zusammengepasst haben, also das war voll oft so, ah ja, damit man die halt jetzt auch noch abgeklappert hat, mäßig. Da war nämlich auch eine dabei, die war voll random, das war die Frau oder die Freundin von dem anderen Außenseiter-Typ, von Dima. Ja, wie hieß die? Kati, heißt die irgendwie, Lackle, Kati, keine Ahnung, auf jeden Fall, guck mal, ich kann nicht mal mehr sagen, wie sie hieß, weil ich fand, sie war so random in der Gang. Ja. Oh Mann, die Arme. Oh Mann, sorry. Du warst ein Teil der Gang. Ja. Nee, aber ich glaube, sie hat sich selber nicht da drin wohlgefühlt. Ja. Also, ich finde, man muss ja auch nicht, ich finde, weil alle in der Gang waren vom Typ her, die waren halt so extrovertierte, so. Und sie war eher ruhiger. Genau, und die war eher so eine ruhige, das hat irgendwie nicht so gepasst. Aber muss ja nicht heißen, dass ihr Content irgendwie schlecht war oder so. Ah, Melina war auch noch dabei. Ah ja, genau, ja, stimmt. Ja. Die ist auch ein sehr, sehr interessanter Charakter. Ja. Aber gut, wir sprechen jetzt nicht über sie. Sonst wird, glaube ich, dieser Podcast so lang. Ich finde es eh voll krass, dass diese Folge jetzt so voll einfach nur über Bibi geht. Echt so? Wenn sie wüsste. Ja, was wollte ich dir mal sagen? Ähm, das, äh, das... Ah ja, genau. Ja. Genau, also Dagi hat dann quasi mit Bibi Videos gemacht und so ist dann Bibi quasi groß geworden. Natürlich möchte ich damit nicht sagen, dass irgendwie Bibi ihren ganzen Erfolg quasi nur Dagi zu verdanken hat, weil da steckt schon noch selber auch Effort dahinter, weil die hätten nicht so viele Leute gefolgt, wenn sie nicht auch quasi was hat, was die Leute folgen möchten. Ja, genau, ich finde auch, aber das ist generell auch so. Ich finde, ähm, nur, äh, wenn man zum Beispiel halt gepostet wird oder verlinkt wird, heißt das nicht direkt, dass man der nächste Social Media Star wird. Früher war es schon eher so, aber heutzutage ist es gar nicht mehr so. Und ich finde, da ist voll, also da, da steckt so viel dahinter, wie man selber als Person ist, wie man interessant ist und die Leute einem folgen. Und, äh, Dagi hat ihr jetzt, sag ich mal, den Startschuss oder die Plattform dafür geboten. Genau, nur sie hat diesen Sprungbett halt sehr gut genutzt und hat dann halt selber weiter viel Content gemacht und, ähm, auch Content gemacht, die sehr viele Leute angesprochen hat damals. Also es war eigentlich ähnlicher Content, wie auch Dagi und die Gang generell gemacht haben. Die haben halt vier, so, zehn Arten von Betrunkenen, zehn Arten von, äh, keine Ahnung, Mütter. Oder es war immer so, ja, so relatable Situationen, die auch echt funny waren. Und ich finde auch, viele Videos waren auch richtig gut, die waren auch richtig witzig. Wir haben uns das auch gerne angeguckt. Ich kann mich irgendwie daran erinnern, dass wir mal mit Paddy irgendwie im Bett waren oder so. Also, okay, for random, in einem Hotelzimmer auf dem Bett oder so saßen und, äh, einfach nur die Videos angeguckt haben, weil die so unterhaltsam waren. Ja. Äh, und die haben auch immer richtig krasse Klicks bekommen. Und heutzutage, ich weiß nicht, wenn du sowas heute machen würdest, würde wahrscheinlich immer noch gut ankommen, ne? Comedy kommt immer gut an. Comedy kommt meistens immer gut an, ja. Aber ich finde deswegen auch so interessant, wie jetzt Bibi jetzt vor kurzem, ähm, in ihre Story kam und erzählt hat, dass sie jetzt halt eigentlich eine komplett andere Bibi sein möchte. Und ich dachte, also meine Frage war die ganze Zeit, warst du die ganze Zeit kein, also nicht echt? Das ist ja wirklich eine, ähm, komplett 360 Grad, ne, 180 Grad Wendung. Ne, 360 Grad Wendung ist es. Nicht nur 180. Und ich mir denke, wenn man mal, wenn man halt weiß, wie ihr Content vorher war, den sie auch gut gemacht hat, ähm, aber womit sie anscheinend ja die ganze Zeit schon unglücklich gewesen sein muss. Ich dachte mir, ich hab dann gedacht, okay, kam dieser Content, den sie gemacht haben damals, von Julians Seite dann aus? Also wollte er das so haben, weil sie hat es, finde ich, so rübergebracht, ähm, als wäre, ja, als wäre sie unzufrieden damit gewesen, was, ähm, was sie vorher gemacht haben. Durch die Trennung hat sie quasi jetzt zwei Jahre Zeit gehabt, darüber nachzudenken, was sie eigentlich wirklich machen möchte. Und, äh, war auch auf so einer kleinen Selbstfindungsphase, würde ich sagen. Also ich glaube, die hat wirklich in den letzten, weiß ich nicht, zehn Jahren, wahrscheinlich dadurch, dass sie halt YouTube gemacht hat und immer, hat und immer in der Öffentlichkeit stand und auch viele Sachen halt in dieser YouTube- oder Social-Media-Bubble passiert sind, auch so mit krassen Skandalen, wie jetzt zum Beispiel ihr Bi-Bi-Bi-Bub-Song? Wab-Bab? Wab-Bab-Song, was ja eines der schlecht bewährtesten Lieder auf der ganzen Welt wurde, also schon krass, ne? Echt auf der ganzen Welt? Nee, auf YouTube, oder? Das hat irgendwie, ähm, Baby getoppt. Jaja, auf YouTube, meine ich, auf der ganzen Welt, aber... Ja. Voll crazy, also muss man auch... Das ist auch ein Meilenstein. Wollte gerade sagen, also naja, auf jeden Fall, was ich eigentlich damit sagen wollte. Ah ja, voll krass, wollte ich gerade sagen, nach dem Wobbob-Release waren wir am nächsten Tag mit Bibi im Phantasialand. Da tat sie uns so leid, weil wir sind da durchgelaufen und die Leute haben sie wirklich also so respektlos behandelt. Das fand ich so krass und sie hat es halt einfach immer nur weggelächelt und auch weggingnoriert und das finde ich auch voll interessant, als so, wenn man halt so eine krasse Community aufgebaut hat, beziehungsweise auch, finde ich, eine Hype-Community aufgebaut hat. Also, weißt du, Leute, die sind es von dir gewohnt, dass du halt irgendwie gefühlt immer performst, dass du immer also sie haben schon eine bestimmte, so eine Grundhaltung, wie dein Content zu sein soll und wie du sein sollst, dass ich glaube, das ist jetzt meine eigene Theorie, dass Bibi gar nicht mehr, am Ende gar nicht mehr richtig weiß, wer sie eigentlich selber war. Weißt du, sie hat halt diese Bibis Beauty Palace, diesen Charakter, diesen fiktiven Charakter erstellt, sag ich mal. Erschaffen, also auch die Community dazu. Vielleicht war sie damals auch diese Person, aber sie hat sich halt weiterentwickelt, aber die Leute haben noch diesen gleichen Content für ihr erwartet. Ja, weil sie war halt immer so dieses bubbly girl und sie ist eigentlich noch so ein Kind und dann auch Belou und auch mit diesem, alles so bunt und farbig und froh und ähm, genau. Und dann ist sie, hallo meine Lieben und jetzt ist sie halt so, ich bin Bianca und ich bin jetzt erwachsen und jetzt reden wir Tarilis. Ja. So, so ist es so. Nee, sie redet nicht so. Nee, sie redet eher so. Ich bin frei von allem. Ich möchte einfach Content machen, der der die Leute, den Leuten einen Mehrwert bietet und, ähm, sie möchte ihre Gedanken teilen, ähm, und sagen, wie für sie ein erfülltes und glückliches Leben ist. Ich finde aber ein bisschen, also sorry, also das, was ich jetzt gerade gesehen habe, das ist für mich auch wahrscheinlich auch ein bisschen Brainwash, was die, also ich, die hat, die, als wäre sie so in der Gehirnwäsche gewesen, weil so, die, die tut so Sprüche auf einmal posten von irgendwelchen, äh, Literaturen, Lyrikern, oder keine Ahnung, die nennen Poeten. Ja. So, auch in ihrer Bio steht drin, die Wahrheit ist erschaffen von einem Lügner oder sowas. Ja, voll deep. Ja, voll deep. Und da habe ich mich auch gefragt, so, warum hast du das in ihrer Bio drin stehen, also so, das kann man so viel reininterpretieren. Ist da so ein Hint? So, meine, ist es auf Julian bezogen? So, meine Deutsch-Erläuterung ist jetzt dazu, meine Interpretation, ist es so, ähm, warst du die ganze Zeit, hast du die ganze Zeit nicht die Wahrheit, äh, gesagt? Gesagt, oder beziehungsweise hast du, warst du der Lügner? Weißt du, hast du die Jahre lang irgendwie was vorgespielt? Oder hat, Ja, wirklich. Oder hat Julian, und warum ist es so ein komisches Timing, zwischen Julian und Tanja trennen sich und Bianca kommt auf einmal aus der Erde hervor? Ja. Wo, also, so, macht nämlich keinen Sinn. Ja, und sie möchte jetzt auch ihren kompletten, ihr kompletter Content geht quasi um Veganismus. Ja. Ähm, da, weil sie seit fünf Jahren vegan lebt, da musste ich auch nochmal zusammen zurückrechnen, weil ich dachte so, warte mal, du hast Käse gegessen, als wir, glaube ich, mal bei Jotty haben. So, warte mal. Kann ich sein, ist aber gut. Aber ich habe ehrlich gesagt gar nicht drauf geachtet, nee. Hä, die hat doch Fleisch gegessen, oder? Vor fünf Jahren. Also, was ich meine ist. Ich habe auch so der erste Gedanke, ich war so, hä? Ich glaube, ich habe sie vielleicht das gesehen, als wir beim JGA waren. Naja, egal. Und seit zwei Jahren versucht sie in jeglicher Hinsicht vegan zu leben. Fand ich auch interessant, da geht es eigentlich hauptsächlich darum, ähm, quasi, weißt du, dass man wahrscheinlich keine Lederjacke mehr trägt oder keinen Ledersofa sich kauft oder so. Oh, interessant. Wegen ihrem Live-Style, ihrem vorheriger Lifestyle war so Privatjet, in jedes Land Privatjet fliegen und, ähm. Es passt nicht. Es ist so, so richtig pompös und Gold-Eis essen und, weiß nicht, dieses Gold-Eis, das ist mir voll in Erinnerung gewesen. Ja, also, ja, dieses, ähm, da haben sie mal so ein Video gemacht, wie sie, ähm, das teuerste Eis auf der ganzen Welt, äh, essen. Ja. Das war irgendwie 300 Dollar oder so für ein Kugel Eis, ne? War mehr sogar, 800. Ich weiß gar nicht mehr genau, das war auf jeden Fall in Dubai. Ja. Wo sonst? Natürlich, wo sonst? Ähm, ja, und das passt einfach nicht zu ihrem Lifestyle, was sie vorher gelebt haben. Also, es ist für mich so, es passt einfach nicht. Es ist so komisch, finde ich, ähm, die neue Person irgendwie ihr zu glauben. Weißt du, ich meine, ich glaube, dass dadurch man halt zwei Jahre nichts von ihr gesehen hat und diesen Prozess selber nicht mitbekommen hat, denkt man sich so, ja, wen willst du eigentlich verarschen? Weiß nicht mal. Das ist so komisch. Ist sie jetzt einfach ein neuer Charakter jetzt, den sie unlockt? Weiß ich meine, neue, neue Stufe, neues Level erreicht? Genau, oder war sie das die ganze Zeit vielleicht schon, aber konnte es nicht richtig ausleben, weil sie halt anderen Content gemacht haben? Nochmal kurz zurückspulen zu der Trennung, äh, damals bei Julia, Julenko und Bianca. Das war ja auch komisch, weil, vorher sind die ja immer in Privatjet geflogen, ja? Also, so, sie wollen ihre Privatsphäre und so weiter. Und dann kamen ja diese ganzen Fotos und wie ist es? Am Bahnhof? Ja. Economy Class. Ja, genau. Und alle haben sich gefragt, hä, früher sind die ganze Privatjet geflogen? Ja. Warum ist sie jetzt ab einmal am Bahnhof und wartet auf die Bahn, auf die S-Bahn so? Ja. Und aber hauptsache früher so S-Klasse und keine Ahnung was. Mit krassesten Wegen und so. Ja. Aber ich glaube, das ist ja genau der Punkt. Weil es war Julienkos. die kannte schon diese Person, aber sie konnte es nicht, weil der andere Part quasi, ich meine, wir kennen ja Julienko auch, aber wir kennen halt, ja, wir sind halt jetzt, also, wir reden halt über sowas nicht, Ist halt aber auch Fact. Ja, aber so gut kennen wir den auch wieder nicht. Ne, so gut kennen wir ihn auch nicht. Genau, nur so oberflächlich. Halt so, hallo und, wie ist das Leben? So, fertig. Ja, genau. Wie ist das Wetter? Small Talk. Ich hasse es, vor allem, wenn Leute mit mir Small Talk führen und dann fragen die, wie ist das Wetter? Ich denke mir so, das wird euch gerade so klasse. Ey, das juckt doch niemand, wer hier das Wetter ist. Guckt auf Apple, Wetter. Oder Wetter.com. Ja, aber da fragt man sich halt auch wieder so, wie ist das Wetter? Ne, wurde Bibi jahrelang unterdrückt und sie wollte eigentlich nie Privatchat fliegen. Oh, jetzt geht es richtig deep. Das kam noch von der einen Seite. Aber ich will eigentlich gar nicht Privatchat fliegen. Ich bin ein Star, holst mich hier raus. Ich will einfach nur ganz normal wie ein normales Mädchen sein. Ja. Part of your world. Okay. Ja, ähm. Ja. Das ist hier die Frage. Wird sie die zweite, wie heißt nochmal diese vegane Frau da? Rosalind? Ne, das war das Schwein. Nein, diese, 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 wie heißt die nochmal? Was? Die auch so veganen Videos? Ah, militante Veganer. Und ich so Rosalinde, Anni, warte mal, das ist mal ein Schwein. Ich glaube, es war sogar die Kuh-Rosalinde. Die singt doch über sie, Rosalinde. Wird Bibi die zweite militante Veganerin? Wird bald ein neuer Hit kommen. Fortsetzung folgt. Nee, aber ich finde es so krass, gell, wie man sich so viel, man kann so viel reininterpretieren in ihr Leben. Wir machen uns wieder zu viele Gedanken um andere Leben. Aber deswegen sind wir doch bei einer Nachmittagsjause. Wir sind halt die zwei Omis, die über die Nachbarn von nebenan reden und alles interpretieren, was, was gerade, aber man kann auch so viel reininterpretieren. Die lassen einem, ich denke mir voll auf, halt, rede doch einfach Klartext. Warum muss man dann immer dieses Schwimmi-Schwami, weißt du, so wie dieses, ich arbeite gerade an einem Projekt, aber ich darf es noch nicht sagen. Ja, dann sag es auch nicht. Halt's Maul, bis du dieses Projekt veröffentlichst. Ich glaube, ganz früher waren wir auch mal so. Aber dann haben wir gedacht, halt die Fresse einfach, Anna. Halt die Fresse. Sag doch einfach, um was es geht. Ja, ich finde sowas auch voll triggering. Mittlerweile hatte ich das richtig, ja. Ja, also bei mir ist es auch so, deswegen, ich habe das bei mir auch geändert, grundsätzlich, weil jetzt auch bei Anda, immer wenn wir irgendwelche neue Produkte irgendwie produzieren, beziehungsweise gerade entwickeln, dann sage ich das. Und wenn es halt nichts wird, dann wird es halt nichts. Weißt du, was ich meine? Aber seid doch einfach transparent und offen auch zu deiner Community. Sag doch einfach, was los ist. Und wenn du nichts sagen willst, dann sag nichts. Dann halt das Maul. Dann sag nicht, also, Ups, Unfall. Nee, aber dann sag einfach gar nichts, so. Dann rede einfach nicht darüber. Weil ganz ehrlich, wenn du nichts, wenn du, wenn du nicht das Ei legst, so, wie nennt man das? Ich kann keine Wortwörter. Sprichwörter. Wortwörter? Da fängt schon an. Arbeit. Nee, aber, weißt du, ich glaube, wenn man halt nicht so dieses Feuer entfacht, bei den Leuten, dann interessiert es die Leute auch nicht. Nee, ich glaube, es interessiert die trotzdem, aber. Glaubst du wirklich? Wenn jetzt zum Beispiel, bei Julienko und Tanja jetzt zum Beispiel, okay. Hätten die sich einfach im Background getrennt und hätten nichts gesagt. Getrennt und haben einfach weitergemacht, so wie immer. Dann hätten vielleicht irgendwelche, irgendwann Leute gefragt, hey, habt ihr euch eigentlich getrennt? Und dann sagst du, irgendwann, hey, ja, hat einfach nicht mehr gepasst. Aber man muss immer so ein Riesendrama draus machen. Es ist so, wir haben uns gestern getrennt und morgen werden schon alle Bilder gelöscht. Dann wird schon direkt in der Bio der Name gelöscht und dann wird erstmal noch entfolgt und dann erstmal kommt ein Statement als Text, so ein ganz langer Text. Und dann lange Pause, bis man sich dann wirklich meldet und dann kommt immer dieses, ja Leute, also ich habe mich jetzt seit einer Woche nicht mehr gemeldet. Ich fühle mich jetzt bereit, darüber zu sprechen. Genau. Und dann denkst du, ja okay, ihr habt euch getrennt. Ja, meine Güte, Leben, ich meine, weißt du was, Leben und Leben lassen, passt voll gar nicht gerade zu diesem, weil wir judgen, aber we're not here to judge. So kann jeder machen, was er will, aber, echt so? Nee, aber, also, ich glaube, ihr fühlt voll mit uns, weil ich glaube, wir sind die Community, also weißt du, wir können uns ganz gut eigentlich in die Community reinversetzen, weil wir selber ja auch Social Media konsumieren. Das Ding ist, wir kriegen halt nichts mit in unserem scheiß Dorf hier im Süden. Also müssen wir hier. Alle in Köln, die wissen, die wissen, was abgeht. Die wissen, was abgeht und die kennen die ganzen Insights. Genau. Und wir sind hier in unserem Dorf und hören Fuchs und Maus Gute Nachtsager. Fuchs und Hase, oder? Fuchs und Hase, ich kann auch nicht. Nee, aber, scheißegal, Hase und Fuchs und Maus ist doch gleich. Ja, aber deswegen, wir können hier nur aus der, ähm, aus der Community-Perspektive sprechen und, also, mich regt das auf. Ich denke halt so, sag, red doch einfach mit mir. Mich nervt es auch so sehr. Mich nervt es auch. Und deswegen hat, was mich auch genervt hat und es ist auch, weil ich einfach, weil es einfach vorhersehbar ist, was so in der Zukunft passiert. Und zwar hat ja Bibi am Anfang des Jahres gepostet, she's back, hier mein Comeback, das ist der Grund, warum ich nicht da war. Okay. Ja, ganz kurz, aber in, warum muss man das eigentlich in so einem Lachsfarbenen, mit weißer Schrift, ey. Ich war voll schwer zu lesen. Voll schwer zu lesen. Alles war zu weh. Hab eine Brille gebraucht zum ersten Mal. Und ich muss auch sagen, ich musste mir das mehrmals durchlesen, dass ich verstehe, was ich da überhaupt lese. Ich hab auch nichts verstanden, gell? Ja, ich musste das laut vorlesen, dass ich weiß, was ich da gerade gelesen habe. Ey, wir klingen wie so richtige Chantal, es ist nur Fakt, ja, Goethe. Und als sie dieses Statement gepostet hat, kam drei Monate später erst mal gar nichts und ich dachte mir so, hä? Ich dachte, come back? Ja. Was ist das Comeback? Ich dachte, ich kriege jetzt hier wieder meine zehn Arten-Videos zurück vor zehn Jahren. Und deswegen denke ich mir auch so, kommt doch einfach zurück, ohne Statement. Also weiß ich wie man... Genau, postet doch einfach, hallo, ich hab hier eine Frische gemacht. Sorry. Und dann war es so ein krasses Statement und dann hat man natürlich auch hohe Erwartungen und dann kommt sie mit der Story, ja, ich bin wieder zurück und ich bin jetzt vegan, ich bin jetzt anders als sonst. Ja, okay, haben wir schon... Ganz ehrlich, sie musste nichts erklären in ihrer Story, die hat nur ihr Profilbild geändert, wir wissen alle Bescheid, wir wussten alle Bescheid, wer sie jetzt ist. Bianca ist da. Die Bianca ist da. Sie ist jetzt eine Jogi. Ja, genau. Sie hat jetzt ihre Energien, sind jetzt alle positiv geladen. Sie ist jetzt all natural, keine Fingernägel mehr, nichts Dings, nichts hier, keine Schminke kaum, nur so fast ungeschminkt, Wimperntusche. Mhm. Es ist ein neues Image, was sie jetzt aufbauen will. It's a business plan. Tricks zur Jute, Jutebeutel. Und ich sag dir, es ist ein Businessplan, also diese Leute sind so schlau. Man, wir denken, ah ja, schön, die ist jetzt vegan und so. Die hatten... Nee, nee, da ist was dahinter, da kommt jetzt bestimmt noch so eine vegane Brand. Ja. Und dann hier sind wir hier alle auf einmal... Ah, Belou ist glaube ich schon vegan, gell? Ja, ja. Okay. Ja, aber das war also, dass man überhaupt noch nicht vegane Produkte macht, finde ich, zu heutigen Zeiten. Aber ich finde es auch, also wirklich, ich glaube, weil man halt, also Bibis, das ist bei mir voll angekommen, ne? Bianca, ich sag jetzt immer noch Bianca, also ihr neues Image ist bei mir voll angekommen. Bei mir leg ich sag immer noch nie. Die Bianca, die hat, wenn man das halt so verfolgt hat, das haben wir ja schon vorher erzählt, wie sie halt gestartet ist mit Social Media, also da war, es war halt voll strategisch. Und deswegen glaube ich, dass sie jetzt ihr Comeback genauso strategiert hat. Ist es ein Wort? Ja, kann sein. Aber es kann natürlich auch sein, dass sie jetzt halt einfach wirklich so ist. erst eingesehen hat, sie kann dieses Strategie-Leben nicht leben, es ist ihr zu viel Druck. Es ist zu viel, ähm, ja, es ist auch zu viel, vielleicht hat sie einfach gemerkt, okay, das erfüllt sie nicht, auch in ihrem privaten Leben und jetzt hat sie einfach gemerkt, okay, sie muss was ändern, damit sie langfristig auf Social Media glücklich sein kann, so wie wir es halt auch schon immer machen. Wir sind, glaube ich, die größten Vorbilder. Spaß. Wir sind so toll. Wir sind klasse. Wir machen immer nur das, was einfach auf der Liste haben. Toll, ja. Wir sind Vorbilder. Es ist halt nachhaltiger, wenn du wirklich das machst auf Social Media, was du halt wirklich magst, weil es ist, die Leute, nee, weißt du, die Leute da draußen sind schlau. Die sehen das. Die sehen, ob du dich verstellst. Die sehen, ob du echt bist. Die sehen sogar, dass du schwanger bist, bevor du überhaupt weißt, dass du schwanger bist. Ja. Das ist krass. Ja, das ist wirklich krass. Das ist aber bei allen unseren Schwangerschaften, du bist schwanger. Und ich, hä, das kann nicht sein, ich bin nicht mal schwanger. Und dann, positive Schwangerschaften. Schwangerschaften, das ist jetzt ja, das sind mir zehn Kinder hier schon. Ja, so fühlt es sich manchmal an. Und, ähm, ja, that's the story of Bianca. Ja. Wir haben jetzt hier wirklich lange darüber geredet, weil bei Kat und mir. Aber ihr Comeback hat einfach, ist positiv gelungen. Man redet darüber. Es ist positiv gelungen. Es kam auch sehr, sehr positiv bei der Community an. Da waren 10.000 Kommentare, die nur überwiegend positiv waren. Und sie kriegt sogar eine Podcast-Folge von uns. So krass war's. Ja, genau, aber ganz ehrlich. Sie ist sogar hier in unserem Kuhdorf angekommen. Ja, aber Bibi ist auch ein, eine Legende, sagt man, würde ich jetzt mal sagen. Sie ist eine Legende, ist es. Boah, Legende ist schon krass. Das ist so Michael-Jackson-Niveau-Legende. Ja. Weil glaubst du echt, dass wir, also, schon krasses Wort. Nee, ich finde, also ich glaube, in der deutschen Geschichte. Das ist so, das hat sich was krasses erfunden. Jetzt, okay, jetzt wird es übertrieben. Aber, ähm, ihr wisst schon, was ich meine. Es ist einfach, es gehört zu uns, also, wir haben es in unserer Jugend, äh, Sie ist bald in unseren Geschichtsbüchern drin. Sie steht bei mir in der Dusche. Ihr wisst, es ist einfach, Bibi loves you. So, sicher, dass sie dich nicht bezahlt ist, dass du Marketing machst? Ich schwöre, ich glaube, ich mache gerade richtig Werbung. Ähm, ja, aber ich bin trotzdem sehr, sehr gespannt, was jetzt noch von ihr kommen wird. Echt? Und dann können wir weiter analysieren. Ja. Es gibt vielleicht noch Part 2. Part 2, ihre zweite Story. Das ist online. Drei Monate später können wir dann wieder eine Podcast-Folge drüber machen. Ja, und wann macht sie endlich Trend, Joel? Das wollen wir alle wissen. Ich glaube, das passt gar nicht mehr in ihr. Ja, das ist ja, das ist ja der Witz irgendwie an der Sache, so, also, es gab komplett zwei unterschiedliche Menschen. Ja, das passt nicht mehr. Das ist jetzt so nachhaltig und keine Ahnung was und da hast du Werbung für, ähm, keine Ahnung. Ja, deswegen bin ich wirklich gespannt, also auch von Brands Seite tatsächlich. Ich frage mich, ob ich sie mit Anda ansprechen soll. Wir sind auch vegan. Wir sind vegan. Anna loves you. Anda your skin. Ja. 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 Was ich sagen wollte, äh, boah, ich habe echt ein Kurzzeitgedächtnis. Wenn du so Unterwäsche rausbringst, ist das ein Underwear. Ja. Ja, es gibt so viele Wäschspiele damit eigentlich. Make-up Undercover. Ja. Super. Schön. Ja, voll krass. Ja, alles noch. Ich liebe aber auch so Essensläden, wenn die so, weißt du, wenn die so Wortspiele haben einfach. Ja. Mir fällt jetzt nichts an, aber. Natürlich. Natürlich fällt einem nichts ein. Ähm. Ja. Aber krass, ey, wir haben einfach eine ganze Folge fast über Bibi geredet. Nein. Jetzt reden wir mal über mich, ja? Nee, jetzt reden wir erstmal über den Kuchen, den wir heute mitgebracht haben. Also dreimal dürfen wir raten, was für einen Kuchen ich mitgebracht habe. Also immer der gleiche. Also Cut, du bist so boring. Ich bin treu. Ich bin treu. Ich bin Sternzeichenhund. Ich bin wirklich Sternzeichenhund. Ich bin chinesisch Kalender. Aber das war jetzt gerade so ein Kim Virginia. Was bist du für ein Sternzeichenhund? Ja, auf jeden Fall habe ich heute eine Schwarz. Du bist, glaube ich, Ratte. Ich bin eine Ratte, ja. Ich bin eine richtige Ratte. Das ist eine Ratte. Wie war das nochmal? Nicht, äh, eine kleine hinterlitzige Ratte. Are you the one, sondern are you the Ratte? Ja. Das war bei einer Folge so. Okay. Ah! Oh mein Gott. Jetzt wird es richtig wild. Ja. Ich habe auf jeden Fall 100 Haare dran. 100 pro. Ja. Ich habe heute... Du hast 100 Jahre dran. 100 A. Ich kann nicht mehr reden. Okay, jetzt wird es nervig. Sorry, Leute. Ich habe heute eine Schwarzwälder Kirschtorte mitgebracht. Ja. Ich habe mir nämlich... Ich habe... Also diesen Kuchen... Ich hasse diesen Kuchen. Ich schwöre, ich hasse diesen Kuchen. Aber ich dachte, komm, ich nehme den jetzt mal, weil ganz ehrlich, wir wohnen hier im Schwarzwald. Und es kann nicht sein, dass ich noch nie eine Schwarzwälder Kirschtorte gegessen habe. Schmeckt auch scheiße. Ohne Witz. Schmeckt... Also ich mag generell keine sahnigen Torten beziehungsweise bei der Schwarzwälder Kirschtorte, das ist halt so ein bisschen übertrieben mit da, ne? Und da ist auch noch Alkohol drin eigentlich. Echt jetzt? Nein. Aber ich glaube, in der ist kein Alkohol drin. Das müsste doch dran stehen, oder? Boah, jetzt habe ich keinen Bock mehr drauf. Spaß. Probier's doch. Ich bin aber auch generell kein Kirsch-Fan in dem Kuchen. Und? Ich glaube, da ist Alkohol drin. Ja. Alkohol. Alkohol saupen. In der Sahne? Oder im Kirschen? In der... Im Kuchen selber, glaube ich. Also in den Kirschen, glaube ich, in diesem Kompott drin. Ja, also in dem Teig kannst du ja keinen Alkohol verarbeiten. Warum nicht? Ja, wenn du es backst, dann ist der Alkohol weg. Ah, echt? Ja, safe. Keine Ahnung. Oder? Ja, ich weiß es nicht. Das war nur eine Vermutung. Aber es ist doch auch so, wenn du mit Rotwein oder Weißwein kochst, dann ist ja kein Alkohol mehr... Also weißt du, dann ist der Alkohol nicht mehr in diesem... Nicht mehr so, wie er vorher war. Keine Ahnung, wie ich es sagen soll. Aber diese... dieser Alkoholgehalt... Wird niedriger, oder was? Wird niedriger, oder... Keine Ahnung. Ich kenne mich nicht aus. Ich kenne mich nicht aus. Zellys Tortenwelt. Die ist auch krass. Zellys Tortenwelt. Also ich glaube, ich würde sagen, das ist eine Legende. Zellys Tortenwelt. Oh mein Gott. Das stimmt. Du kannst ja noch... Du kannst behaupten. Du kannst es hier von allen. Okay. Zellys Tortenwelt. Wie krass ist diese Frau? Anna, wie hast du denn Zellys Tortenwelt kennengelernt? Ich kannte sie, bevor jeder andere sie kannte. Ach was, echt? Und zwar, ganz komisch, das war auch wieder in Verbindung mit Mia Kosa. Also Mia Kosa hat ein Influencer-Event gemacht und da haben wir uns quasi alle getroffen. Und die Sally, Zellys Tortenwelt, hat damals ganz frisch ihren Account gestartet auf YouTube und sie wurde gebucht als Köchin. Also sie hat quasi das ganze Essen dann für uns vorbereitet, was wir dann essen sollen. Und ich kann mich noch so gut daran erinnern, damals, muss ich dazu sagen, viele YouTuber hatten halt echt früh schon richtig krasse Starallüren. Ja, aber es war damals halt auch voll krass. Also klar, es ist nicht berechtigt, dass YouTuber Starallüren haben sollten, aber damals war das so krass, wenn man so in ein Einkaufszentrum gegangen ist, dann war das wirklich dann direkt ein Meet & Greet und als wären da so die krassen Stars jetzt irgendwie auf der Straße. Also es war, heutzutage ist es gar nicht mehr so. Vielleicht bei TikToker sogar noch, das weiß ich jetzt nicht. Ja. Aber das ist es glaube ich auch schon so, also bei uns auf jeden Fall nicht. Also bei uns auf jeden Fall nicht mehr. Wir können einfach ganz normal in ein Einkaufszentrum und niemand juckt es. Genau. Aber früher war das krass. Ja, das stimmt. Und das war bei relativ vielen so, also die, die größer als wir waren sowieso noch, also von den Follower-Zahlen her. Und die Sally war halt noch ganz klein und ich kann mich daran erinnern, da hat sie dann in die Runde gefragt, ja, ich bräuchte einen Küchenassistenten oder so einen Kochassistenten. Wer hätte Lust, mir beim Kochen zu helfen? Und ich war die Einzige zusammen mit Ni, damals, also Ni-Tastic. Die Asiaten mal wieder. Genau, die Asiaten. Ni haben sich gemeldet, die sich dafür gemeldet haben und alle anderen hatten gar keinen Bock. Und die waren auch so richtig, also ich fand, die waren schon respektlos. Und ich habe auch mit Sally und auch mit Ni damals drüber gesprochen, weil ich mir dachte, hä, also, weißt du, das war so ein undankbares Verhalten irgendwie. Also ganz, ja, das war ganz unangenehm. Und so habe ich Sally kennengelernt und ich glaube, ich habe sie seitdem nie wieder gesehen. Obwohl sie eigentlich hier um die Ecke wohnt, gell? Ja, aus Karlsburg kommt sie, oder? Ja, genau. Ja. Crazy. Voll krass. Ja, also, bei der würde ich sagen, das ist schon eine Legende. Der hat auch so ein krasses Unternehmer. Die hat so ein krasses, die hat ihre eigene Stadt kreiert, Anna. Ja, der hat ein krasses Imperium. Das ist krass. Durchs Backen. Da kann Bibi, also, oder außer Bibi hat sowas nur in Low-Key aufgebaut und nicht gezeigt. Also, Leute, fangt an zu backen und filmt's. Genau. Geht in die Küche, backt. Da werde ich dann doch auch zu einer Backmaus. Ich bin doch vorhin so, ey, kann da eigentlich Alkohol rein in die Schmerz, weil da geht das Torte? Ja, also, ich finde es so krass, ne? Teilweise diese, also, es gibt wirklich teilweise Social Media-Tarrieren, die mittlerweile, ich glaube, Leute hinter der Kamera können sich gar nicht vorstellen, wie krass das ist. Also, wirklich, ja. Und ich glaube, es gibt teilweise Leute, die haben das nach außen viel krasser dargestellt, als die es halt wirklich haben. gibt's auch. Gibt's auch so viele Influencer, es gibt eh so viele Blender, oh mein Gott. Ja, also, ich würde schon eher sagen, dass es in der Influencer-Welt mehr Blender gibt, als die, die wirklich krass sind. Die wirklich, ja. Ja. Ah ja, die Trennung von Sally's Tortenwelt und dem Mann wurde ja auch so auseinandergenommen, ne? Ja. Was, wie stehst du dazu? Ich hab tatsächlich aber auch, keine Ahnung, also, ich hab jetzt nie so das private Leben verfolgt, also, ich hab einfach nur die Rezepte angeschaut, mehr nicht. Also, der Mann, der hat ja eigentlich ganz am Anfang auch schon angefangen, ähm, sie zu managen und so und der hatte ja auch generell ein Management. Ich glaube, der war halt richtig krass businessfokussiert, also, ich glaube, also, das ist jetzt auch ein bisschen krass, weit, äh, in die Tasche gegriffen oder wie das heißt. Keine Ahnung. Diese Sprichwörter immer. Ähm, also, weil ich kenne nicht und, weißt du, ich judge es trotzdem. Aber we're not here as a judge. Ich kann mir vorstellen, dass da ein Privat, also, was ist das, viel Businessmäßige ins Private mit, ähm, reingeholt wurde. Das ist eh nicht gesund. Ich finde, es ist nicht gesund, mit seinem Partner zusammen zu arbeiten. Da sagt mir, also, ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass das, wenn jemand sagt, nee, das klappt voll gut, ja, genau, ich gebe euch zwei Jahre, ganz ehrlich. Ich hab, also, ich persönlich, ich hätte gar keinen Bock zusammen mit Ledo abzuarbeiten. Ich sag, lass mir doch nichts sagen von dem. Ja, das sowieso nicht. Nee, aber, weißt du, ich meine, ich finde, so, weil man, man kann halt einfach keinen, keinen Strich ziehen. Wo ist jetzt privat, wo ist geschäftlich? Und wenn man auf einer geschäftlichen Ebene sich nicht einig ist, dann nimmt man das auf jeden Fall ins Privatleben mit. Ist so. Ja, es ist wirklich so. Das Ding ist, du kannst es nicht trennen. Man kann es nicht richtig trennen, weil, zum Beispiel, bei uns, Juli ist der Immobilien-Fuzzi und der kümmert sich auch um dieses Thema und alles, was es drum, also alles, was um dieses Thema geht und ich habe selber wirklich gar keinen Plan davon. Ja. Ich kriege immer nur so Snippets mit und wenn ich dann ihn mal irgendwas Immobilienmäßiges frage oder ihn belehre, also belehre ist jetzt übertrieben, aber wenn ich mal sage, hä, nee, ich habe gehört, das ist so und so, der kriegt einen Ausraster. Der sagt direkt, wer ist hier der Experte? Ja, dann sagt er, hä, was willst du eigentlich, ich habe damit jeden Tag zu tun und bei mir genauso, zum Beispiel, wenn ich ihn manchmal begleite auf irgendwie Besichtigungen oder ich soll, oder wenn er zum Beispiel Bilder macht von Immobilien und ich mache ein Video oder ein Reel für ihn, dann, und er dann aber irgendwas gegen meinen Content sagt und sagt, keine Ahnung, kannst du das so und so machen, dann denke ich mir automatisch, was willst du eigentlich, du kleiner Pisser, ich mache das seit 10 Jahren. Und dann rastet er aus. Mann, ich kann nicht mit ihm zusammenarbeiten, das geht nicht. Und ich verstehe das auch, also auch auf Gegenseitigkeit, weißt du, so von seinem, ob es sein Business oder mein Business, jeder sollte einfach da bleiben, wo er gut darin ist. Es ist ja aber auch schön, wenn man halt einfach auch mal sein eigenes Ding macht. Ey, diese Couples, die alles zusammen machen. Ja, voll. Mach doch mal sein eigenes Ding auch, weißt du, und dann kommst du nach Hause und erzählst, was du alleine gemacht hast, wie toll das war. Ja, ich finde es so wichtig, alleine Zeit zu verbringen. Toll. Und deswegen habe ich auch meine L.A.-Reise alleine abgesagt. Und schön, dass wir auch gerade alleine sind. Das ist nie so. Immer, wenn ich was nicht mit Leo mache, da mache ich auf jeden Fall was mit Anna. Bin nie alleine. Das ist wirklich, ja, wir haben auch gesagt, wir müssen so einen Tag einführen, wo die Jungs beide die Kinder haben, damit wir halt miteinander chillen können. Weil das Ding ist, Kat und Leo haben so einen Tag, wo Leo halt das Kind hat. Ja, das Kind. Hat die Gärtner das Kind. Und Kat kommt dann zu mir, aber passt halt auch meine Kinder auf. Es hat auch keinen freien Tag. Und deswegen habe ich gesagt, wir müssen so einen Tag einführen, wo beide Jungs mit den Kindern beschäftigt sind, sodass wir halt auch mal ohne Kinder dann irgendwas machen können. Machen können und uns anschweigen können. Wollte gerade sagen, wir gehen dann eh schweigen. Ist ja was, genau. Wir gehen dann schweigen. Nur deswegen wollen wir die Kinder. Also ansonsten können wir eigentlich alles machen mit den Kindern. Echt so? Oh Mann, ey, sind wir süchtig? Nein, sind wir nicht. Nein, hallo? Und schmeckt dein Schwarzwilder Kirsch? Ey, ich inhaliere den gerade. Ja, ist der gut, oder was? Ich finde ihn nicht so gut. Okay, aber du hast Hunger. Aber ich habe so Hunger gerade, ich weiß auch nicht. Also, ich glaube, wir sind fertig. Da ist genug gelasht, dort heute. Ey, aber, ja, ich bin mal gespannt auf eure Meinung. Vielleicht wisst ihr ja auch mehr. Es gibt immer Leute, die immer mehr wissen. Manchmal ist man in dieser TikTok-Bubble und ich denke mir so, woher wisst ihr das alles? Oder auch, ähm, das neue Album von Miancy ist rausgekommen, Cowboy Carter. Und alle kennen zu jedem Lied die Background-Story. Ich bin so, so krass. Ich bin schon ein krasser Fan, aber ich bin nicht so, ich glaube, ich bin nicht so krass, dass ich dann halt wirklich jede Lyric analysiere und jedes Wort, was sie da geschrieben hat und was sie damit eigentlich meint und keine Ahnung was. Und ich bin in so einer TikTok-Bubble aber gelandet, wo Leute halt Experten sind wieder. Ja. Und, ähm, das gibt es irgendwie zu allem und auch halt bei diesem, äh, als Baby ihre Story veröffentlicht hat, weißt du, was auf TikTok los war? Da ging es nur noch. Und ich finde es toll, also jedes TikTok, was ich gesehen habe, ich war dann in diesem Loop drin. Ja. Ich kam da nicht mehr raus. Ich wollte nicht mehr. Ja. Aber ich habe alles dazu gesehen, gefühlt. Ja. Ja. Hä, da musst du jetzt voll viel wissen, voll viel wissen, ja. Ja. Das war gerade so viel Ja von dir. Ähm, ja, ja, gibt es auch einen neuen Song von Beyoncé. Ähm, nee, tatsächlich, weißt du, es ging rein und wieder raus. Alle haben eigentlich das Gleiche gesagt, weißt du, das ist hier jetzt so krass auf vegan Ernährung. Ja. Und alle freuen sich drauf und, ähm, wir möchten alle ein Bewusstsein schaffen für ein glückliches und erfülltes Leben und, ja, aber wir sind alle, ja, manchmal, ich, sorry, ich kann das nicht, ich kann das nicht, also tatsächlich, also es ist bei mir so, ich kaufe das von einer Person nicht ab, die jahrelang unglücklich war, die aber so getan hat, als wäre sie glücklich und jetzt ist sie aber auf einmal wirklich glücklich. Okay, was, weißt du wirklich, dass du glücklich bist? Weißt du das? Vielleicht nach zehn Jahren sagst du wieder, es war, nee, es hat mich einfach nicht erfüllt, ich bin jetzt wieder ein anderer Mensch. Deswegen, das ist bei, das ist meine Kritik dahinter. Ich, ja, sie muss es mir noch beweisen, ich bin eine Virgo, ich kann es nicht akzeptieren. Bist du wirklich so oder nicht? Ja, also ich freue mich auf den Konzent. Was ist die Wahrheit und was ist die Fiktion? Ihr Jonathan Franks. Ja. X-Faktor ist unfassbare Legende. Ja, aber ist es bei dir so, ähm, nee, was soll ich jetzt sagen? Nee, ich glaube, wir haben genug geredet. Über das Thema jetzt oder generell? Generell. Hast du keinen Bock mit mir zu reden? Okay. Okay, Anna, dann. Nee, ich glaube, wir haben auch, das passt nicht mehr mit Sahne und so. Torte. Was passt denn überhaupt? Bei der letzten Folge haben wir ja Fußball und Hochzeit geredet. Passt auch nicht. Gab es da eigentlich Feedback? Nee, ich sehe doch gar kein Feedback mehr. Oh. Es ist jetzt weg. Wir können uns, also, wenn ihr Feedback zu einer Folge habt, schreibt es bitte auf Instagram, weil wir können keine Kommentare mehr einsehen. Oh Mann, ich hasse Technik. Nein. Also den Nick. Wir können schon. Die haben gesagt, man kann. Ja, aber es geht nicht. Schuld. Schuld. Okay. Ähm, wenn ich irgendwann mal ein Backvideo mache, dann über einen Streuselkuchen mit dem Zwetschke und das war dann mein einziges Video dazu. Nochmal zurück zum, äh, kurz zum Sally, das Tortenbild backen. Okay. Okay. Schön, back den Kuchen. Danke für die Info. Also, Leute, das war jetzt gerade so ein random Abschluss. Äh, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, dann, ähm, bewertet unseren Podcast. Ja, mit fünf Sterne. Fünf Sterne. Also alles drunter nehmen wir nicht an. Ja? Ja, das könnten wir dann nämlich mit so einem Tool, das können wir dann so ablehnen. Spaß. Das geht wirklich. Willkommen zu euch nach Hause. Spaß. Nee, ähm, aber würden wir uns auf jeden Fall sehr freuen. Es wäre voll krass, wenn unser Podcast fünf Nuller Sterne Bewertung hätte. Ja, weil wir haben nämlich vier Komma neun oder so, oder vier Komma acht. Was auch schon krass ist. Was auch schon krass ist, aber was sind diese 0,2? Was stört euch? Ja. Nervige. Ändert mal eure Bewertung. Das war aber schon noch aus Versehen. Nee, es gibt Leute, die können einfach keine fünf Sterne geben. Ja. Das ist wie so ein Tick. Also, Juli auch, der kann keine zehn Punkte geben. Der kann nicht sagen, es ist eine Zehn pro Zehn. Er kann nicht sagen, es sind fünf Sterne, es gibt für ihn immer irgendwas auszusetzen. Und ich denke mir, Junge, du hast leer gegessen, das Essen. Nee, aber weißt du was? Er ist deutsch. Ja, genau. Deutsche können immer was auszusetzen. Er hat immer was zu meckern, ich schwör. Ja, also, der Einzige, die eine Zehn von Zehn ist, in seinem Leben bin ich. Okay. Wenn du ihn fragen würdest, würde er sagen, Zehn von Zehn. Grinch. Nee, Spaß. Nee. Nee, fünf von Zehn. Ich frage ihn heute direkt mal. Nee, ganz ehrlich, also, der wird nicht sagen, Zehn von Zehn, weil es gibt so viele. Zehn für Zehn wäre auch schon die scheiß Antwort, wäre die falsche Antwort. Ja, es wäre die Elf von Zehn. Nee, weil heute Morgen zum Beispiel, da habe ich gewloggt und da habe ich die Kamera aufgestellt und dann stand er die ganze Zeit neben mir und hat halt so gewartet, bis ich fertig bin mit dem Video und wollte halt irgendwas sagen und habe ich halt gesagt, was? Was willst du? Ich dreh gerade. Okay. Ja, aber so aus Spaß. Und dann hat er gesagt, ja, lad das mal bitte hoch, damit alle wissen, wieder ein richtiger Charakter ist. Okay. Tschüss. Okay. Tschüss. Okay. Vielen Dank.